Erstaunt darüber, dass er sich nicht einfach auf die Nase gelegt hatte, starrte Hattori den Geist vor sich an. Hayate hielt ihn in seinen Armen und war rot geworden. Leise hustend schob er Harry von sich und kratzte sich an der Bange. Was soll das denn jetzt? nuschelte er leise und war vollkommen damit überfordert, dass ihm jemand so dermaßen an den Hals gefallen war. Harry konnte es noch immer nicht glauben und unsicher streckte er seine Hände aus und wollte nach Hayate greifen, aber dummerweise glitt er nun wieder durch seine Finger. Was war das denn? Schüchtern sah er den Geist an, der noch gar nicht so genau sagen konnte, was ihn mehr faszinierte. Das hübsche Gesicht des Jungen vor ihm oder aber die Tatsache, dass er Harry wirklich aufgefangen hatte. Unsicher fuhr der Geist sich durch die Haare und räusperte sich leise. Gut, wir haben das jetzt geklärt. Du kennst den Teil meiner Geschichte, die spannend war, und dann kannst du auch Ruhe geben, oder nicht? Ich meine, wen interessiert das überhaupt? Warum willst du das wissen? Es sollte dich nichts angehen, wie ich ums Leben gekommen bin oder was dabei passiert ist. Das ist meine Sache und du solltest dich aus meinem Leben raushalten. Harry zuckte zusammen. Eben war er noch traurig gewesen, aber jetzt bekam er Angst vor Hayate. Der Mann war doch schon so lange tot und hatte so viel erleiden müssen. Was war denn nun los? Warum konnte Hayate nicht auch über seinen Tod mit ihm sprechen, wo er doch schon so viel erfahren hatte? Hayate spürte, dass er etwas falsch gemacht hatte und er senkte seinen Blick. Ich wollte nicht so ausflippen. Es tut mir leid. Das war alles nicht so böse gemeint, wie es eben geklungen hat. Es ist nur so, dass ich Angst habe, erlöst zu werden. Was, wenn ich dann verschwinde? Und dann sind meine Schwestern hier allein. Aber um genau die muss ich mich doch kümmern. Außerdem habe ich so viele Leben, auf denen wir wissen, die ich in seltsamen Ritualen umkommen habe lassen, dass ich es nicht verdient habe, nicht weiterzuleiden. Das hier ist mein Schicksal. Vielleicht ist es meine gerechte Strafe. Flüsterte er leise. Blinzeln sah Harry zu ihm und er senkte etwas den Blick. Ich hätte es auch verdient, hier zu leiden, gestand er dann leise. Ich bin auch schuld am Tod eines Menschen. Das werde ich mir niemals verzeihen. Und ich denke, dass er mir das auch nie verzeihen wird. Ich kann verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man die Seele eines Menschen noch immer spürt, weil die Anklage auf Mord zu hoch ist und auch nicht gesühnt wurde. Aber kann man so eine Schuld überhaupt jemals abtragen? Immer mehr versang Katharine seinen eigenen Gedanken und in seinen Erinnerungen, die so schwer auf seiner Seele lasteten. Seit so langer Zeit litt er darunter, dass er die Tage nicht mehr zählen konnte. Immer wieder wünschte sich Harry alles zu vergessen, aber er konnte nicht. Blinzeln musterte Hayati ihn und zog seine Augenbrauen zusammen. Du musst auf jeden Fall damit aufhören. Hör auf, an diese Person zu denken und gib dir nicht länger die Schuld daran. Wenn du so weitermachst, dann werden die Schatten seine Gestalt annehmen und dich quälen, hörst du? Was du da machst, ist gefährlich. Du musst immer an das Hier und Jetzt denken, verstanden. Eindringlich sah er den Jungen an, der bis eben komplett in einer anderen Welt versunken war. Unsicher sah Harry ihn an und er wusste nicht, wie er aufhören sollte, daran zu denken. Weißt du, wenn einem gesagt wird, man soll an etwas nicht denken, dann tut man es automatisch. Nehmen wir mal an, ich sage dir, du sollst nicht an Weihnachten denken. Du wirst automatisch an Weihnachten denken und das ständig. Blinzeln sah Hayati ihn an und Harry wurde bewusst, dass der Mann vor ihm vermutlich noch nie etwas von Weihnachten gehört hatte. Er ruderte mit den Armen in der Luft herum. Vergiss es, brummelte er und räusperte sich dann leise. So, jetzt aber mal zurück zum Thema, denn das war bis eben nicht ich. Doch die beiden kamen nicht dazu, sich weiter zu unterhalten. Als Hayati die Mönche hörte, zuckte er zusammen. Sie sind auf der Suche nach ihr. Flüsterte er leise und senkte bedrückt den Blick. Es tut so weh. Ich muss sie beschützen. Und ich weiß nicht mal wie. Ich kann die Zeit nicht aufhalten und auch diese verdammten Mönche suchen nach ihr. Sie werden sie finden. Und dann muss das Ritual vollendet werden, das damals nicht gelang. Jetzt war es der Geist, der nicht mehr er selbst war und Harry spürte, wie sich Hayati immer mehr von ihm entfernte. Bis er in einer Welt versunken war, in die er keinen Zutritt hatte und aus der er ausgesperrt war. Musste er vor den Mönchen Angst haben? Erst ein Aufschrei von Harry riss er Hayati wieder aus seinen Gedanken und erst jetzt bemerkte er sie. Die hübsche Frau mit den langen schwarzen Haaren und den bläulichen Tattoos auf der Haut. Als Hayati merkte, wie sie ihre Augen öffnen wollte, musste er etwas tun. Wenn sie zu Harry sah und das letzte Tattoo auf seine Augen brannte, würde er dieses dort nie wieder verlassen können. Das musste er mit aller Macht verhindern. Harry sollte auf keinen Fall an dieses Dorf gebunden werden. Selbst wenn er sich nicht erklären konnte, warum er dem Jungen helfen wollte. Aber einen so grausamen Tod hatte Hattori nicht verdient. Den hatte niemand verdient. Nur war der Wanderer noch am Leben und die gequälte Seele suchte nur nach Ruhe und Erlösung, die sie so aber nie erreichen würde. Schweigend stellte Itachi am Fenster und er beobachtete, wie die Mönche an seinem Haus vorbeizogen. Wie oft hatte er das Bild nun schon gesehen? Hunderte Male oder öfter? Er hatte aufgehört, darüber nachzudenken oder zu zählen. Es war so lange her und so weit weg, dass es schon gar nicht mehr real schien. War er wirklich hier? Oder war das seine persönliche Hölle? Immer wenn Sasuke am Fenster vorbeiging, dann versuchte Itachi zu ihm zu gelangen. Aber es funktionierte nie. Das Haus zu verlassen, fiel Itachi schwer, weil ihm die Kräfte geraubt wurden, sofern er es wagte. Er war hierher verbannt, weil er sich nach seinem kleinen Bruder sehnte, aber es war ihm verboten, ihm auch nur einen Schritt zu nahe zu kommen. Seufzend schloss der Ushia seine Augen und er schluckte, um die Tränen herunterzuschlucken, die in ihm aufgekommen waren. Die ganze Zeit über hatte Giacomo ihm im Blick gehabt und als die Mönche verstummten, atmete er etwas auf. Itachi bemerkte dies und lächelte schwach. Macht ihr nicht zu viele Hoffnungen. Was eben passiert ist, wird immer wieder geschehen, bis sie das auserwählte Opfer gefunden haben. Euer Vorteil ist, dass sie nicht sonderlich gut sehen können und durch ihre Gesänge auch so gut wie taub sind. Allerdings, wenn sie sich erst einmal ein Opfer gesucht haben, dann werden sie es auch finden. Seine Worte waren nicht sonderlich aufbauend und Giacomo senkte seinen Blick. Wenn sie hinter Hanukkah her waren, dann musste man das Mädchen beschützen. Wir müssen zusammenbleiben, das habe ich ihnen immer wieder gesagt. Aber dann habe ich sie doch aus den Augen verloren, weil hier jeder seiner eigenen Wege geht. Das ist gefährlich, aber mir hört ja niemand zu. Leise musste Itachi lachen und er musterte den Jungen, der sich in seiner Wohnung breitgemacht hatte. Das ist vollkommen normal, flüsterte er leise. Seid ihr sicher, dass es eine Art Taktik ist? Jeder Geist hier, ob er will oder nicht, spioniert einen von euch aus. Im Grunde hoffen sie doch alle, von euch erlöst zu werden. Doch das geht nur, wenn ihr die Geschichte und das Leid versteht, das uns hierher gebracht hat und uns hier bindet. Wegen dem wir diese Gegend nicht verlassen können. Wenn ihr zusammen seid, dann hört ihr uns nicht zu. Es gab sogar Gruppen, die sich so lange eingeredet haben, es wären keine Geister in diesem Dorf, bis sie es tatsächlich glaubten. Am Ende hat keiner von ihnen überlebt. Bei diesen Worten lief Jakomo ein Schauer über den Rücken und er räusperte sich leise. Das alles hier war viel zu verworren für ihn. Also war es Absicht, uns zu trennen, flüsterte er leise und die Tashi seufzte schwer. Ich fürchte, ja, ihr seid ihnen in die Falle gegangen. Aber denkt bitte nicht, sie würden es böse meinen. Nicht jeder Geist, der da draußen ist, ist doch gefährlich. Viele suchen einfach nur nach Hilfe, auch wenn sie das selbst gar nicht bemerken. Wir alle wollen einfach nur erlöst werden und Frieden finden. Unsere Seelen sind müde, murmelte er und senkte seinen Blick. Man spürte deutlich, dass die Tashi wirklich erschöpft war. Wir wollen schlafen, Jakomo. Aber wir können keinen Frieden finden. Darum ist hier auch immer Nacht. Weil wir daran erinnert werden sollen, dass die Ewigkeit, in der wir uns befinden, so dunkel ist wie das Leid in unseren Herzen. Und nur wenn wir dieses Leid verschwinden lassen können, kann hier wieder die Sonne aufgehen. Aber weißt du, was ich mich manchmal frage? Das Schweigen im Raum machte deutlich, dass Jakomo ihm aufmerksam zuhörte, aber keine Fragen stellen würde. Itachi drehte sich zu ihm und sah ihn lächelnd an. In seinen Augen konnte man Trauer erkennen. Und Jakomo hätte ihn am liebsten in den Arm genommen. Warum waren diese Geister nur so weit weg? So unerreichbar? Sasuke war genauso, aber Itachi wirkte noch weiter weg. Als wären Sasuke und Itachi tatsächlich durch Welten getrennt. Itachi sah ihm tief in die Augen und auf seine Lippen legte sich ein trauriges Lächeln. Wird dieses Dorf verschwinden, wenn die Geister nicht mehr hier sind? Oder wird es neue Menschen geben, die hier sterben müssen und deren Seelen hier gefangen werden? Kann man diese Mauern allein lassen? Ich frage mich manchmal, ob einige von uns nicht hier sind, um das Zoo zu beschützen und zu verhindern, dass hier noch mehr Menschen sterben müssen. Solange wir hier sind, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es zu viele Opfer trifft. Aber ich habe Angst, diesen Ort zu verlassen. Darüber hatte sich Jakomo noch keine Gedanken gemacht. Im Grunde hatten sie doch bisher nur versucht, von hier wegzukommen. Was passieren würde oder was sie damit auslösten, wenn sie ging, darüber dachte von ihnen keiner nach. Es würde weitergehen. Mehr Opfer fordern. Und vermutlich waren sie nur der Gipfel des Eisbergs. Aber konnte man diese Zeremonien und dieses Höllentor wirklich beenden? Konnte man das alles hier verhindern? Oder war es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn sie ein paar Seelen erlösten und dann alles so weiterging, wie es bisher war? Von seinen Gefühlen und seiner Übelkeit überwältigt war Takoro aus dem Keller geflüchtet und im oberen Stockwerk verschwunden. Dort hatte er die Fenster aufgerissen und hing sich nun aus einem von ihnen. Immer wieder wirkte er und der junge Mann hatte das Gefühl, als würde er das gar nicht wieder aufhören. Daidera war ihm gefolgt und bedrückt senkte er seinen Blick. Das Problem ist, dass Sasori sich nicht mehr daran erinnert. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht hat. Irgendwie muss sie ihn ja betorgt haben, denn sie war eine sehr zierliche Person. Aber meine Frau hat nie mit mir darüber gesprochen. Und egal, wie oft ich sie auch gefragt habe, sie sagte nur, dass ich mir keine Sorgen mehr darüber machen müsste und dass ich ihn vergessen soll. Nur konnte ich nie aufhören, an Sasori zu denken. Und das hat mir den Verstand geraubt. Also bin ich leise die Treppe runter in den Keller und ich wollte sehen, wie sie ihn getötet hat. Leider hat meine Frau den Braten gerochen und ist mir in den Keller gefolgt. Sie hat mich erschlagen, ehe ich überhaupt begriffen habe, was da passierte. Seine Ehrlichkeit erstaunte Takeru, aber Daidera musste lächeln. Ich komme hier nicht weg, solange Sasori noch hier ist. Und meine Frau ist auch noch da, wisperte er leise und ließ seinen Blick durch den Raum huschen. Sie ist daran schuld, dass Sasori das Gebäude nicht verlassen kann und die Tatsache, dass seine Knochen noch immer in diesen Mauern stecken. Aber das weiß er nicht. Woher sollte er es auch wissen? Ich sag ja, ich weiß nicht, was sie mit ihm getan hat. Aber er kann sich nicht daran erinnern, was mit ihm geschehen ist. Bei dieser Frage lief Takeru sofort hochrot an. Ihm war das peinlich, denn er hatte sich zwar schon öfter mal in einen Mann verliebt, aber er konnte doch nicht zugeben, dass er sich jetzt noch mehr in die Sache hineingesteigert hatte. Von seiner besten Freundin zu einem Mann und von einem Mann zu einem Toten. Das hätte schlimmer kommen können. Ich mag ihn, aber das kann ich ihm wohl schlecht sagen, oder? Welche Chancen haben wir dann zusammen? Er ist tot und ich bin noch am Leben. Ich kann ihn ja nicht mal berühren, geschweige denn, dass ich ihn küssen könnte. Egal, wie sehr ich mich auch danach sehne. Er wird für mich immer unerreichbar sein. Damit muss ich mich abfinden. Aber wenn ich ehrlich bin, tut das schon sehr weh. Irgendwas hat mich gefangen genommen. Das vom ersten Moment, an dem ich ihn gesehen habe. Da war etwas zwischen uns, aber das wird sich doch niemals erfüllen, flüsterte Takeru leise. Endlich hatte er seine Zigaretten gefunden, die er auf dem Weg nach unten in dem Keller vermutlich auf dem Küchentisch liegen gelassen hatte. Sofort griff er nach ihnen und steckte sich eine davon an. Der tiefe Zug entspannte ihn und er holte so tief Luft, wie er nur konnte. Daedara musterte ihn und deutete dann auf die Zigaretten. Die bringen dich um. Ich hoffe, das weißt du. Ich kann es sehen, flüsterte er und lächelte dann schwach. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber vielleicht hast du eine bessere Chance, als du denkst. Wir sind zwar tot, aber wir haben hin und wieder die Kraft, einen festen Körper zu bekommen. Unsicher sah Takeru ihn an und er raufte sich die Haare. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich bei ihm überhaupt eine Chance hätte. Irgendwie will ich ihn behalten, aber ich kann ihn doch nicht immer leiden lassen. Ich möchte ihn befreien von dem, was er hier erlebt. Dann werde ich mich aber wohl auch für immer von ihm verabschieden müssen. Und das war genau das, was ihn quälte. Auf der einen Seite wussten sie, dass sie keinerlei Rechte hatten und den Geist an ihrer Erlösung nicht verwehren durften. Doch war ein Liebesding nicht jeder ein Egoist und wünschte sich, denjenigen zu behalten, den man über alles liebte? Wollte man den Menschen, egal ob tot oder lebendig, nicht an seiner Seite wissen, um ihn beschützen zu können? Takeru fühlte sich von seinen Gefühlen hin und her gerissen, denn auf der einen Seite wollte er Sasori retten, um ihn zu erlösen. Aber auf der anderen Seite wollte er ihn gar nicht wieder hergeben. Dafür liebte er ihn mittlerweile viel zu sehr. Dass diese Gefühle einmal so stark werden würden, damit hatte er im Leben nicht gerechnet. Es waren so heftige Gefühle, dass er sie am Anfang noch nicht zuordnen konnte, weil er so noch nie empfunden hatte. Müde schloss Takeru für einen Moment seine Augen, ehe er wieder an seiner Zigarette zog und aus dem Fenster sah. Irgendwie konnte er verstehen, dass er Sasori diesen Ort nicht mehr verlassen wollte. Es war hier gemütlich und man fühlte sich heimisch. Wie wäre es eigentlich, wenn er gar nicht gehen würde? Wenn es Takeru sein würde, der bei ihm blieb. Hier in diesem Haus. War das abwegig oder verrückt? Verträumt sah Takeru aus dem Fenster und auf seinen Lippen lag ein schwaches Lächeln. War das wirklich die einzige Möglichkeit, die er hatte, um Sasori nahe zu sein? Aus dem Keller hatte Kakashi fliehen können, aber jetzt saß er in den Mauern des Hauses fest. Draußen war es wieder still geworden, was ihm zeigte, dass er vielleicht wieder rausgehen konnte, aber er wollte May nicht alleine lassen. Mittlerweile hatte er sich sogar an den Gedanken gewöhnt, dass er selbst sterben musste, um May zu retten. Irgendwo musste es hier doch einen Hinweis darauf geben, was mit ihr geschehen war. Unsicher tastete er sich durch das Haus und er atmete auf, als die Schlingen sich allmählich lockerten. Jeder Atemzug wurde von ihm bewusster wahrgenommen und es tat gut, zu atmen, wie er es wollte. In dem Raum, in dem er sich befand, war nichts zu finden, was nützlich war. Langsam reichte Kakashis Kraft auch nicht mehr weiter. Wo sollte er da noch hingehen? Seiner Meinung nach hatte er schon jeden Raum genau untersucht, aber da hatte er sich wohl getäuscht. Ruhig sah er sich um und bemerkte dann, dass einer der Schränke im Raum seltsam stand. Um ihn herum hingen lauter Kimonos, die wohl hier trocknen sollten. Der Staub rieselte von der Decke und die Luft war stickig und trocken. Leise musste Kakashi husten und er war sich nicht sicher, ob das einzig und allein davon kam, dass hier so viel Staub lag. Sein Hals brannte wie Feuer und er war sich sicher, dass der imaginäre Strick sich beim nächsten Zusammentreffen mit May noch fester um seinen Hals zu schnüren würde. Vermutlich so fest, dass er nicht mehr atmen konnte. Jetzt hatte er noch Glück gehabt. Aber ihm war klar, dass er beim nächsten Mal nicht so gut davon kommen würde. War er tatsächlich dem Tod in die Arme gelaufen? Oder sollte er sich lieber fragen, ob er sich in den Tod verliebt hatte? May hatte ihn verzaubert. Und das vom ersten Moment an. Noch nie hatte eine Frau ihn so sehr in ihren Bann gezogen und er fragte sich schon, ob das eine Masche von ihr war. Was, wenn sie das immer so machte und ihre Opfer erst mit ihrer Schönheit verzauberte, um sie dann zu töten? Kakashi wurde bei dem Gedanken schlecht und er schob lieber das Regal zur Seite. Dahinter befand sich ein kleines Loch, durch das gerade eben ein Mensch passte. Aber der musste sich dann schon sehr klein machen. Kakashi wusste, dass er nicht gerade schmal war, aber man konnte es ja einfach mal versuchen. Darum kletterte er in das Loch und staunte, als er in einen geheimen Raum kam, der bis unter die Decke mit Büchern vollgestopft war. Was hatte das denn nun wieder zu bedeuten? Langsam wuchs ihm alles über den Kopf, aber Kakashi hatte wirklich den festen Entschluss gefasst, nicht eher zu gehen, ehe er Mei nicht gerettet hatte. Dafür würde er alles tun und jedes Opfer bringen, selbst wenn er es mit dem Leben bezahlen würde. Vielleicht kamen dann auch seine Freunde frei und sie konnten einfach gehen, ohne dass er sich noch weiter um sie sorgen musste. Mit den Fingerspitzen glitt er über die Buchrücken. Das Leder war so alt, dass es beinahe unter seinen Händen zu Staub zerfiel. Ob darunter Bücher waren, die für ihn interessant waren? Es war unwahrscheinlich, dass jemand hier all die Lösungen ihrer Probleme notiert hatte. Erst nachdem er in dem fahnen Licht ein zweites Mal hingesehen hatte, fielen ihm die okkulten Zeichen auf den Büchern auf. Offenbar hatte sich hier jemand sehr genau mit schwarzer Magie beschäftigt. Es waren auch noch andere Bücher darunter, aber die meisten handelten von Dämonen und der Hölle. Ob hier der Grund für das Tor zu finden war? Oder wirklich eine Möglichkeit, es zu verschließen? Die Hoffnung keimte in ihm auf und wollte Kakashi gar nicht mehr loslassen. Er fühlte sich wie besessen und ihm war vollkommen egal, dass May jederzeit bei ihm auftauchen konnte. Das hier war vielleicht die Möglichkeit und die Wahrheit, nach der sie alle suchten. Was, wenn hier wirklich geschrieben stand, wie sie dem ein Ende setzen konnten? Dann hatten sie endlich wieder eine Chance. Dass May längst bei ihm war und ihn beobachtete, konnte er ja nicht ahnen. Sie selbst hatte sich immer in diesem Raum verstecken wenn man über ihre Opferung gesprochen hatte. In diesem Raum hatte sie alles hören können. Jedes Wort hatte sie mitbekommen, warum man sie opferte, was dabei geschehen würde und was es für einen Zweck erfüllte. Jedes Wort hatte sie gehört und aufgeschrieben. In den Büchern, die Kakashi jetzt in den Händen hielt. Sie wollte ihm nicht wehtun. Es zerbrach ihr das Herz, ihn immer wieder zu verletzen, aber keiner außer ihm würde die Information finden, die sie so mühselig zusammengetragen hatte. Er war doch ihre letzte Rettung. Und doch war da immer diese Dunkelheit in ihr, die ihr sagte, sie müsse ihn töten. Selbst jetzt brannte dieses Feuer in ihr. Das Monster, das sie so tief in sich vergraben hatte, kratzte mit aller Macht an seinem Gefängnis und wollte freigelassen werden. Darum verschwand May wieder, denn sie wollte Kakashi nicht schon wieder wehtun. Für sie und seine Freunde war er vermutlich die letzte Rettung. Die einzige Hoffnung, die sie alle noch hatten. bis jetzt auch mal drauf Die band reviews. You Untertitelung des ZDF, 2020